Moin, herzlich willkommen bei den Cargo Bike Lovers News, die Neuigkeiten mit Schub fürs Lastenrad, Teil 2. Heute mit dem Thema, die angesagtesten Videos, die Radelbande analysiert das Longtail. ABS, Anti-Lockbracking, System fürs Lastenrad, Lovinz bringt es in die Serie, was ganz exquisites, Larry vs. Harry, Bullet also, der Kult geht jetzt unter die Haut. Vorfahrt für den Radverkehr, Verkehrszählung 12345 macht es möglich. Wir haben für euch den Designpreis rausgesucht und zwar fürs Cargo CS. Dann haben wir für euch rausgesucht Veranstaltungen im Februar 2024. Und zu guter Letzt haben wir für euch den Transport und Aufbau der Woche. Diese Woche sind es zwei Videos, die wir euch empfehlen wollen. Starten wir mit der ersten Videoempfehlung, denn das erste Video kommt von der Radelbande. Hier geht es um drei Herausforderungen mit Longtail Lastenrädern und den passenden Lösungen. In dem 10-minütigen Video erklärt nämlich Tillmann anschaulich, welche Möglichkeiten sich auftun, zu den Herausforderungen, Kinder zu transportieren, Ladungsverteilung, Laufradgrößen und vieles mehr. 20 Zoll Vorderräder sind zwar klein und praktisch, aber leider auch mit wenig Grip und deswegen bei nicht beladenen Lastenrädern, bei nassen und rutschigen Straßen einfach, ja, nicht so gut geeignet. Obwohl beim Auto die Lösung seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken ist, ist das Blockieren des Vorderrades beim Fahrradfahren immer noch ein Thema. ABS, Antiblockierbremssystem. Lowwinds geht als einer der ersten Hersteller voran und nimmt ABS als Option für die Modelle S75 und S85 auf. Wir finden dies einen wichtigen Schritt und haben dies vor einigen Jahren mal von Blue Brake testen dürfen. Damals war es beeindruckend auf Schotter zu bremsen. Und jederzeit die Kontrolle über das Fahrrad natürlich zu haben, beziehungsweise übers Vorderrad. Besonders Anfänger meiden die Vorderradbremse leider. Dabei ist diese ja für einen Großteil der Verzögerungen verantwortlich. Für uns ist es daher ein weiteres hilfreiches Tool. Mobilität mit dem Lastenrad zu fördern, na klar. Es wird Zeit, mal ein Lowwind zu testen. Was meint ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Bullet Tattoos. Tattoos. Der OG der Cargo Bikes geht nämlich jetzt unter die Haut. Nämlich der Christian Eskel zeigt sich seit Jahren für das Artwork bei Larry vs. Harry verantwortlich. Und diese Designs finden sich auf Kartons und Plakaten und auf der Webseite wieder. Im aktuellen Newsletter hat der Hersteller nun kostenlose Vorlagen angekündigt. Ich will, seitdem ich ein Bullet fahre, auch endlich ein Bullet Tattoo haben. In der Facebook-Gruppe Bullet Universal Owners gibt es einige, die sich bereits ein Bullet Tattoo stechen lassen haben. Meine Tattoos sind in der Regel eher bunt und verspielt. Und so sind nun auch die Vorlagen. Insgesamt 16 Vorlagen könnt ihr euch kostenfrei aus dem Webshop herunterladen. Also, ich bin hype und vielleicht finden wir auf diesem Wege einen Tattoo-Artist, der mir eins stechen würde. Das wäre die Idee. Okay. Danny wird tätowiert auf der Cycling World 2024 in Düsseldorf. Ja. Kommen wir nun zum nächsten Thema und zwar Bracken. Bracken? Bracken. Nordbahntrasse bevorrechtigt. So titelte Christoph Grote auf seinem Blog talradler.de. Denn auf der Nordbahntrasse erhalten Radfahrende an einer weiteren Kreuzung Vorrang vor dem Kraftverkehr. Eine Verkehrszählung im Februar 2021 ergab, dass der Fuß- und Radverkehr auf diesem Stück in der Spitzenstunde bis zu fünffach stärker frequentiert ist, als der damals noch bevorrechtigte Querverkehr. Wem die Nordbahntrasse kein Begriff ist, dem legen wir talradler.de mal ans Herz und natürlich einen Ausflug ins schöne Wuppertal. Und fahrt die Trasse, es ist wirklich schön. Christoph Grote setzt sich seit nunmehr einem Jahrzehnt für Radverkehr in Wuppertal ein. Mitbegründer des freien Lastenrads, Fahrradstadt Wuppertal e.V., Podcasts von Rädern und vieles, vieles mehr sind in dieser Zeit entstanden. Die Nordbahntrasse ist mit ihrem nahezu steigungsfreien und jetzt fast kreuzungsfreien Streckenverlauf durch die Zentren Wuppertals die Blaupause für Radschnellwege. Wir empfehlen im YouTube-Kanal von Christoph Grote zu stöbern. Hier gibt es tolle Videos zu sehen. Das Cargo CS, welches wir in diesem Video gegen das Mocha antreten lassen haben, hat den German Design Award 2024 in Gold sowie den Design und Innovations Award 2024 in der Kategorie Urban gewonnen. Bei letzterem ist die Begründung interessant. Die Jury bezeichnet das Cargo CS 150 als Känguru auf zwei Rädern. Es ist nicht so sperrig wie ein Long John Cargo Bike und kann dennoch jede Menge Gepäck transportieren. Das Fazit der Jury ist jedoch interessant. Das CS ist ein schlau konzipiertes, aber auch für Einsteiger bestens geeignetes Lastenrad, das einen großen Sprung in die Zukunft dieser Kategorie macht. Wir können dies nur bestätigen und gratulieren herzlich. Wie immer findet ihr Links in der Infobox. Kommen wir nun zu den Veranstaltungen rund um Cargo Bike im Februar. Am 16.02.2024 findet in Lippstadt André Schumacher erzählt, wildes Europa, 3517 Kilometer mit Kind und Kegel statt. Nach 20 Jahren des Vagabundierens kauft André Schumacher einen alten Bauernhof, pflanzt Bäume, wechselt Windeln. Doch das Reisen kann er einfach nicht lassen. Kurzerhand stappt er sich, die Familie und bricht wieder auf. Mit einem Lastenrad und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,26 kmh fahren die drei von Bebelin bei Wismar, das kenne ich sogar, nach Pablona in Spanien. Sechs Monate voller kleiner und großer Abenteuer, Herausforderungen und natürlich Katastrophen. Schumacher erzählt mit viel Humor und wunderbaren Bildern vom Aussteigen aus bekannten Strukturen und vom Verwirklichen seiner Träume, von Komfortzonen und Grenzerfahrungen. Davon, das Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und in seiner ganzen Fülle zu umarmen. Nächste Veranstaltung vom 23. bis 25. Februar findet das Forum Freie Lastenräder in Marburg statt. Das Forum Freie Lastenräder ist ein jährliches Treffen aller freien Lastenrad-Initiativen und solcher, die ein Projekt starten wollen. Genaue Informationen findet ihr unter dem Link in der Infobox. Der Transport der Woche, der kommt diesmal aus Kolumbien. Darian Monta Bikeletter, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, kommt aus Kali und hat Cargo Bike Lovers in seiner Story auf Instagram markiert. Mit seiner gut zwei Meter breiten Ladung fährt er zur Musik von Iggy Pop, The Passenger, durch die Straßen von Kali in Kolumbien. Mega spannend anzusehen und die Ladung ist mit beschätzten 80 Kilo auch echt nicht leicht. Respekt dafür. Der Aufbau der Woche kommt dieses Mal von Larry vs. Harry. Zusammen mit Cinelli haben sie das Bullet Vigorelli als limitierte Sonderedition geschaffen. Wer jetzt denkt, die muss ich haben, sorry, leider nein, leider gar nicht. Es sei denn, ihr findet einen der 50 Gewinner der Auslosung, die dieses Sondermodell erwerben durften. Der ist verkauft. Die 50 Stück sind dabei in 25 Rahmensets und 25 Komplettbikes unterteilt. Die begehrte Version ist dabei definitiv das Komplettrad. Hier sind eine spezielle Gabel und Ausfallenden zusammen mit der limitierten GRX in Silber wirklich besonders. Bei beiden ist natürlich die gleiche Lackierung zu finden. Aber wir finden, die Direct Mount Bremsen lassen den Rahmen dann doch nochmal schlanker wirken und sind so nicht nochmal zu finden. Insgesamt eine coole Kooperation. Wir werden diesen Rädern noch ein ausführliches Video widmen. Wie hat euch die zweite Ausgabe der Cargo Bike Lovers News gefallen? Habt ihr ein neues erfahren? Dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert doch unseren Kanal auf YouTube und Instagram und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren. So werdet ihr über das neueste Video informiert. Falls du Themen für uns hast oder dein Lastenrad den Titel Transport der Woche oder Aufbau der Woche verdient, dann kontaktiere uns gerne mit Bildern, Videos und Infos unter der unten angegebenen Adresse. Bis dahin, ciao, eure Cargo Bike Lovers.